Lernen Sie die KFZ-Kamera mit diesem Video besser kennen. Drehen Sie das Stativ in den Standfuß. Fertig. Nun wird die Halterung verschraubt. Dadurch kann man diese nicht aus Versehen vom Stativ lösen. Jetzt noch die Kamera in die Halterung legen und schon kann es losgehen. Genau wie Sie es vielleicht vom Navigationsgerät gewohnt sind, befestigen Sie die Saugnapfhalterung im Handumdrehen an der Windschutzscheibe. Nun den Powerschalter auf ON schieben. Den Aufnahmeknopf drücken. Und hier sehen Sie jetzt das Originalbild der KFZ-Kamera. Wir hoffen, Sie konnten mit der KFZ-Kamera. Mithilfe des Videos einen guten Eindruck von dieser hervorragenden KFZ-Kamera gewinnen. Besuchen Sie uns auf www.alarm.de